Ehrlich gesagt, es ist das gleiche Fenster. Das hier und das hier, das sind alles die gleichen Fenster. Das sieht nur ein bisschen anders aus. Oder? Ne, da erkennt man schon, dass es was anderes sein soll. Aber... Ne, nicht da. Diese Fenster hier sind die gleichen wie da vorne. Man sieht es nur nicht so ganz, weil die Vorhänge da davor sind. Das heißt, ich müsste das eigentlich wegmachen und dann große Schelben davor machen. Aber ich finde das eigentlich so viel schöner. Und hier hat es auch so schön ausgesehen, hier mit dem da. Also entweder ich mache jetzt das da weg oder ich lasse es einfach so. Ich, wisst ihr was, ich lasse das so. Und ich lasse auch das so. Ich entscheide das von... Ich entscheide das individuell. So. Jetzt gehe ich nochmal nach vorne im Spiel. Wie das da aussieht. Also es sieht tatsächlich aus, als wäre es ganze Fenster. Also lasse ich es auch so. So. Wie viel gehen noch? Ein, zwei, drei, vier. So. Jetzt waren wir gerade eben vorne. Da toll. Was nehme ich denn dann alles mit? So. Also. Ich brauche Banner. Ich brauche Glasscheiben. Ich brauche Schwarzeichenrückbretter. Ich brauche Teppiche, die wir da nicht hier haben. Ich glaube, die sind draußen in der Kuh. Und ich brauche Leitern, da haben wir nur noch eine. Also die müssten wir sowieso neu machen. Dann lasse ich das. Das Erste. Bei der Leitern sind wir sowieso noch nicht. Die Leitern machen wir dann nochmal extra, wenn wir soweit sind. Treppen brauche ich auch. Die habe ich jetzt nicht mitgenommen. Egal. So. Jetzt erstmal. Da haben wir das hier, hier und hier. Das sind kleine Kisten. Dann haben wir hier ein Banner. Und hier haben wir schon mal Glas. Mehr kann ich noch nicht machen jetzt. Also weiter. In zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, dann ist das auch repariert. Also wir haben gleich zu Beginn der Aufnahme schon. Ähm, Netherquarz gefunden und Lava. Quote erfüllt, würde ich sagen. Wäre jetzt noch geil, wenn wir eine Höhle finden würden. Aber ich glaube es eher, wir haben nämlich schon den halben Raum fertig. Also ich bezweifle es eher. Nicht ich glaube es eher, sondern ich bezweifle es eher, wir haben den halben Raum schon fertig. So, dann haben wir das und dann noch die Decke. Dann kommt hier noch Glas rein. So. Okay. Und jetzt ist es wieder wie hier. So. Die Söllen mache ich zum Schluss, die mache ich nicht jetzt. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, wie ich die machen möchte. Ob ich die mit normalen... Ich weiß noch nicht, wie ich die machen möchte. Ich würde die gerne mit irgendwas verzieren oder sowas. Oder irgendwie so toll bauen. Aber die sind alle nur ein Block groß. Also wird da glaube ich eher nichts so draus. Ich weiß es nicht. Müsste ich mal nachsehen, ob man die vielleicht zu einer Mauer machen kann. Glas sind wir fertig. Das können wir also ablegen. Banner und ich noch nicht. Hallo? Sind die da draußen oder sind die da raus? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich glaube, die sind unter uns. Kohle über uns. Das könnte auch sein. Aha, aber ich muss jetzt da raus. Ich glaube, die sind unter uns. Fühlt sich gerade ein bisschen sich an. Ich habe noch nicht... Ich habe keinen Platz mehr. Das hier kann weg. Das hier kann auch mal weg. Den Rest brauche ich noch. So. Ronak ist auch noch sicher, oder? Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. So, da haben wir eins. Fertig. So, passt. Und dann... Oh, nein. Der war falsch. Zwei. So, hier ist dann wieder eine Mauer. Äh, ja, jetzt habe ich keinen Stein mehr. Toll. Hehe. Hm. Da wäre aber sonst noch nichts. Dann gehen wir jetzt schnell zum Tempel und holen uns neuen Stein. So, hoffentlich ist hier gerade keiner. Nein. Gut. Es ist Tag. Es ist Tag. Wie schön. So, das hier kommt weg. Das hier kommt weg. Äh, allgemein der ganze Netherrack kann weg. Schön. So, das hier, das hier kommt mit. Dann nehmen wir gleich alles mit. Werden wir vermutlich auch brauchen. Hoffe ich. So. Zurück. Ich dachte wirklich gerade, habe ich die falsche Trickplatte erwischt? Aber es hat funktioniert. Okay, passt. Das sind keine Zombie-Pigmen da. Aber es ist hier immer noch irgendwo ein Ghast. Der regt mich auf. Ich möchte ihn finden. So, hier kommt eine Mauer hin. Ja, das war's. So, dann geht's da weiter. Ist noch mal das Gleiche. Oder? Ja, ist noch mal das Gleiche. Zack. Ghast, wo bist du? Ich würde dich gerne töten. Brauchen wir sowieso noch den Ghast. Erfolg. So, sobald ich ihn schieße, höre ich, bringe ich auf den Stein. Den kann er nämlich, glaube ich, nicht kaputt machen. Ich habe das nur mal gelesen. Ich habe das noch nie selbst ausprobiert. Ich habe nämlich bisher auch noch nie was im Nether gebaut. So, dann die Decke. Dann die Wand. Das passt. Da ist jetzt dann auch wieder ein Banner. So, dann kommt als nächstes wieder das Gleiche. So, immer noch keine Höhle entdeckt. Dabei haben wir es fast. Schade, schade, schade. Mal sehen. Eins, zwei, drei, vier haben wir dann noch. Nach diesem hier. Plus die Wand. Also tatsächlich fast fertig. Spitzhacke ist aber auch gleich hinüber. Drei noch. Eins, zwei, drei. Wir brauchen eine neue Spitzhacke. Ist der blöd. Der findet nicht doch eine offene Tür. Jetzt. Äh, äh, toll. Jetzt ist er da oben. Habt ihr es gesehen? Da ist doch einer. Okay, ich trau mich mal raus. Er sieht sicher aus. Wie ist der da hochgekommen überhaupt? Ich wollte eine neue Spitzhacke machen. So. Jetzt brauchen wir dann noch die Leiter. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt können wir sie hier reparieren. Äh, wo bin ich? Ah, okay. Ich dachte, ich hätte schon nach oben gesehen. Nun war ich etwas verwirrt. So, da geht's dann nach oben. Hier kommt nämlich die Leiter hin. Vielleicht sollte ich die Öfen doch wieder anmachen, wenn wir das nächste Mal nach hinten gehen. Ähm, so. Als nächstes. Ist es das gleiche, aber wir haben eine kleine Wand dazwischen. Also, ich höre hier auch hier auch gar nichts. Also, den Garst höre ich da hinten im Gang, aber hier nicht. Ich höre hier auch keine Zombie-Pigman oder Lohen oder sonst etwas. Oder Wizard-Skelette. Oder Lava. Welche auch nicht. So, jetzt erstmal den Boden überall. Dann die Decke überall. Dann hier die... Ah, jetzt höre ich hier einen Garst. Dann die Wände. So, und jetzt muss ich mal nachsehen. Eins, zwei, drei, vier. Das fünfte. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Passt. Hier ist dann die Wand. Das müsste jetzt auch die Mitte von hier... Oh, perfekt. Ich mag es, wenn es passt. Das ist so schön. So, dann geht es... ...nochmal so. Jetzt brauchen wir dann auch die Treppen. Die fangen nämlich tatsächlich ab da an. Also diese Wand hier, die trennt die Treppe ab. Das hier ist alles Treppe. Zwei, vier Stück. Okay. Ein bisschen viel. Egal. Die werde ich dann auch erstmal nicht machen. Die Treppe. Ich werde das zwar im Nether... ...den Netherrug abbauen. ...aber ich werde die Treppen noch nicht setzen. Noch zwei. Eins, zwei. Oder setze ich sie doch schon? Weiß ich noch nicht. Nee, ich warte damit noch. Ich höre schon wieder Zombie-Pigman. Wie kommt er da hoch? Wenn, dann müsste ich da entlanglaufen. Er greift mich nicht an. Oder er findet keinen Weg zu mir. Und ich glaube, er ist allein. Hey, ich habe ihn getroffen. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, bevor ich es vergesse... ...halte ich hier gleich mal ein. Und plötzlich wird es hier auch heller. So, und dann mache ich mir... ...eine neue Spitzhacke. Ich dachte gerade, ich hätte... ...gehört, wie sich etwas bewegt. Aber egal. So, jetzt habe ich die Treppen vergessen. Ich wollte sie eigentlich doch mitnehmen. Egal. Eins, zwei, drei, vier... ...fünf, sechs, sieben, acht. Benutze ich sie ab dem nächsten Mal. So. Die Wand hier kann ich aber trotzdem machen. Und die Decke. Und ab hier... ...ist ja auch wieder normaler Boden. Bei... Jetzt muss ich doch mal nachsehen. Ähm. Okay. Die Wand ist dicker, als ich dachte. Eins, zwei, drei. Die Wand ist drei dick. Die Wand ist drei dick. Eins, zwei, drei. Die sieht nur nicht so dick aus. Und die Treppe ist nur zwei breit. Und da verabschiedet sich mein Laptop. Der Akku ist der. Weil hier nämlich noch irgendwer Geländer ist oder sowas. Also ich kann hier noch hingehen. Hier kann ich hingehen und dann ist hier irgendein Geländer oder so. Ähm. Boah, diese Läckchen nerven gerade. Puh, wie mache ich das jetzt? Wisst ihr was? Ich mache jetzt erstmal hier das hier. Fertig. Und danach mache ich das da. Fertig. Aber ich muss jetzt erstmal den Laptop einstecken. Also bis gleich. Und dann mache ich das hier. So, er fährt hoch. Ähm. Jetzt muss ich nachsehen. Das ist das zweite gewesen. Da kommt da auch tatsächlich schon ein Banner hin. Zack, ein Banner. Und hier, habe ich die schon repariert? Habe ich. Dann ist es hier nochmal das gleiche. Hier das gleiche bis da vorne hin. Und hier dann die Mauer. So, ein bisschen kleiner wird der Raum jetzt. Aber nur, weil da die Treppe ist. Ich finde das wirklich blöd, weil tatsächlich vom Aussehen her. vom Aussehen her. Es sieht aus, als wäre es nur eine Mauer. Und tatsächlich ist es aber, wenn ich versuche hinzugehen, ist es hier auch eine Mauer. Eine unsichtbare. Und das ist richtig blöd. Und deswegen mache ich das einfach so. Ich mache das von dem her, wie ich gehen kann. Nicht wie es aussieht, sondern wie ich gehen kann. Ich habe das in der Höhenerad so gemacht, wie es aussieht. Ähm. Und das fand ich an manchen Stellen ziemlich blöd. Vor allem, weil ich nicht immer alles sehen konnte, so wie es aussieht. Und hier mache ich das jetzt, wie ich es gehen kann. Das finde ich tatsächlich besser. Ähm. Weil ich kann das dann auch hier so machen, dass es nur so ist, wie man gehen kann. So. Da kommt jetzt auch nochmal ein blaues Banner hin.